Okay, der Zug der Linie R soll in der 34. Rübe auf die Express-Schienen wechseln. Gut. Tür auf, jetzt sofort, oder du bist tot! Leitstelle an Perlm 123? Warum halten Sie? Sie haben grünes Licht. Leitstelle? Hören Sie mich? Wer ist da? Hier ist der Mann, der die Stadt ordentlich bluten lassen wird. Wie hoch ist der Kurs für Geiseln in New York heute Morgen? Ist eine Million ein Stück zu viel? Ich kann nicht mit Geiselnehmern verhandeln. Ach, ich glaub, du machst das schon. In 59 Minuten stirbt der erste Fahrgast. Werdet ihr zahlen? Das Leben ist so leicht. Die sollen einfach tun, was ich sage. Informier den Bürgermeister. Perlm 123 wurde gerade entführt. Du glaubst nicht, dass es Schicksal war, du und ich? Ich bin nur irgendjemand. Irgendjemand vor dem Mikrofon. Ich mag dich, Mann. Du bist vielleicht mein letzter neuer Freund. Wie kriegen Sie das Geld dahin? Zwischen hier und Brooklyn wird jede Kreuzung abgeriegelt. Das Geld ist unterwegs. Mach auf! Es gab einen Unfall. Jetzt muss auch ein anderer sterben. Die Polizei wird den Tunnel stürmen. Schalten Sie doch los, Paul, an! Wir machen einen Deal. Ich tausche dich gegen alle Fahrgäste hier ein. Sie wollen, dass ich das Geld runter in den Tunnel bringe. Tu, was du tun musst. Aber wir brauchen Milch. Bring also zwei, drei Liter mit, wenn du nach Hause kommst. Ein Liter? Ich bringe ein Liter mit. Du bist genau wie ich glaube. Du hast noch fünf Sekunden. Okay. Fünf, vier, drei, zwei, eins.